Ist das der Grund für die Klimaphänomene der letzten Monate? Die Auswirkungen des Hunga-Tonga-Vulkans in der Südsee sind wohl viel massiver als angenommen und wir klären in diesem Video, welche Auswirkungen das auf die Atmosphäre und auf das globale Klima hat. Bleibt also unbedingt bis zum Ende dran und wenn es euch gefällt, dann freue ich mich galaktisch über einen Daumen nach oben und einen Kommentar, denn dadurch kriegen wir den YouTuber-Algorithmus dazu, dieses Video noch mehr Menschen anzuzeigen. Vielen Dank Leute und herzlich willkommen! Der Südsee-Staat Tonga ist normalerweise bekannt für traumhafte Sandstrände und malerische Inseln voller Palmen. Doch letztes Jahr geriet er in die Schlagzeilen wegen etwas weniger harmonischen, nämlich einem Vulkanausbruch. Am 15. Januar 2022 kam es zur Eruption des Hunga-Tonga-Hunga-Hapai, ein Submariner-Vulkan, der sich etwa 64 Kilometer von der Hauptinsel des Staates Tonga befindet. Der Großteil dieses Vulkans liegt unter der Wasseroberfläche und während der Ausbrüche können daher neue Inseln über dem Meeresspiegel entstehen, wenn das aufsteigende Magma das Wasser durchbricht. Deswegen war der Ausbruch im Jahre 2022 für die Forscher so faszinierend, da es wirklich nicht alle Tage vorkommt, dass ein derart großer Submariner-Vulkan hochgeht und man live untersuchen kann, was geschieht. Wie unglaublich heftig dieser Ausbruch war, zeigt diese Aufnahme des Wettersatelliten GOES-17. Die maximale Ausbreitung der Aschewolke beträgt auf dieser Aufnahme 470 Kilometer. Wahnsinn! Ich habe das mal über die Karte von Deutschland gelegt, rein zufällig so, dass Berlin im Zentrum ist. Und ja, wir sehen, ein solcher Ausbruch hätte große Teile des ganzen Landes in Mitleidenschaft gezogen und unter einer dicken Ascheschicht bedeckt. Dementsprechend waren die direkten Auswirkungen des Ausbruchs für den Staat Tonga natürlich massiv. Die lokale Bevölkerung litt unter der Aschewolke und unter den Erschütterungen des Bodens und der Flugverkehr wurde für einige Zeit eingestellt. Aber die wirklich interessante Frage ist ja, was für globale Auswirkungen hatte das? Und dauern die vielleicht bis heute an? Denn wenn wir uns die Ausmaße dieses Ausbruchs auf den Satellitenbildern ansehen, dann wird, glaube ich, relativ deutlich, dass wir es hier mit einem Ereignis mit globaler Reichweite zu tun haben. Und das belegen übrigens auch die Zahlen. Die Eruptionssäule war laut der NASA bis zu 58 Kilometer hoch und reichte damit in die Atmosphärenschicht der Mesosphäre. Damit war es die höchste Eruptionswolke, die jemals vom Weltraum aus beobachtet wurde. Und wenn so viel Zeug in die Atmosphäre geschleudert wird, dann muss es doch irgendwelche Effekte da oben haben. Also schauen wir uns das mal genauer an. Hier sehen wir eine Aufnahme am 16. Januar 2022 aufgenommen von der ISS, die die Aschewolke in der Atmosphäre zeigt. Unglaublich! Grüße gehen übrigens raus an alle Flacherdler, die irgendwie erklären müssten, weshalb man auf dieser Aufnahme eindeutig die Krümmung des Planeten sieht. Neben der Asche emittieren Vulkaner eine Vielzahl von Gasen. Darunter Schwefeldioxid, Wasserstoffchlorid, Wasserstofffluorid und Kohlendioxid, also CO2. Diese Gase können sich in der Atmosphäre ausbreiten und sowohl die Luftqualität als auch das globale Klima beeinflussen. Schwefeldioxid kann in der Stratosphäre Aerosole bilden, die das Sonnenlicht reflektieren und kurzfristig zu einer Abkühlung der Erdoberfläche führen. Vor allem Schwefeldioxid ist also interessant, da es potenziell zu einer Abkühlung führen kann. Hat der Hunga-Tonga-Vulkan das globale Klima, also durch Schwefeldioxid, beeinflusst? Wohl nur in sehr geringem Ausmaß. Denn die Gesamtmenge an Schwefeldioxid, die durch die Eruption in die Atmosphäre gelangte, wird auf 400.000 Tonnen geschätzt. Also schon eine erhebliche Menge, aber man geht davon aus, dass ein spürbarer Einfluss auf das Klima erst ab 5 Millionen Tonnen zu erwarten wäre. Also mehr als dem Zehnfachen dessen, was der Hunga-Tonga ausgerülpst hat. Da höre ich jetzt schon einige von euch sagen, Langweilig, warum erzählst du uns dann überhaupt was davon? Weil der Hunga-Tonga ja noch mehr in die Atmosphäre katapultiert hat. Wir erinnern uns, es handelt sich um einen Submarinen-Vulkan. Was wird bei einem solchen natürlich auch in die Höhe geschleudert? Richtig, Wasser. Oder viel eher dann Wasserdampf. Und davon jede Menge. Lasst euch diese Zahlen mal auf der Zunge zergehen. 146 Millionen Tonnen Wasser wurden bis in eine Höhe von 40 Kilometern in die Stratosphäre hochgeschleudert. Der Anteil des Wasserdampfes in der Stratosphäre erhöhte sich um 10 bis 15 Prozent. Jetzt könnte man natürlich sagen, wen interessiert Wasserdampf? Der wird ja wohl kaum irgendwelche relevanten Auswirkungen haben. Falsch! Wasserdampf ist der wichtigste Verursacher des Treibhauseffekts in der Atmosphäre, also ein größerer Faktor als CO2. Wenn die Sonnenstrahlen die Erde erreichen, dann erwärmt diese sich und strahlt die Wärme in Form von Infrarotstrahlung zurück in die Atmosphäre. Wasserdampf absorbiert einen Teil dieser Infrarotstrahlung und imitiert sie dann in alle Richtungen, unter anderem zurück zur Erdoberfläche. Und dadurch wird die Umgebung erwärmt und der Treibhauseffekt verstärkt. Also kann man festhalten, dass normale Vulkanausbrüche durch Schwefeldioxid eher für Abkühlung sorgen, aber submarine Vulkanausbrüche durch Wasserdampf Erwärmung verursachen. Aus Klimatologensicht gibt es also sozusagen gute Vulkane und schlechte Vulkane. Naja, und wenn eine gigantische Menge Wasserdampf in die Atmosphäre gepustet wird und Wasserdampf der wichtigste Verursacher des Treibhauseffekts ist, dann liegt der Verdacht nahe, dass dies deutliche Auswirkungen auf das globale Klima hat. Und genau das haben Forscher der Universität Oxford in einer Studie herausgefunden. Sie haben den Effekt vom Hunga Tonga Wasserdampf in der Stratosphäre für die nächsten Jahre simuliert. Und herausgefunden, dass er ziemlich hartnäckig sein wird. Stuart Jenkins, Hauptautor der Studie, sagt, dass kaum Turbulenzen in der Stratosphäre gibt, die das System durcheinander bringen, kann man eine Störung erhalten, die im atmosphärischen Sinne recht lange anhält. Und nicht nur lange anhält, sondern auch massive Auswirkungen haben wird. Dieser 10-15%ige Anstieg des Wasserdamms in der Stratosphäre, übrigens die größte Zunahme, die Wissenschaftler jemals dokumentiert haben, könnte dazu führen, dass die durchschnittliche globale Temperatur sich in den nächsten 5 Jahren um bis zu 0,035 Grad erhöhen könnte. Das klingt nicht viel, aber ist als Auswirkung eines einzelnen singulären Ereignis wirklich beachtlich. Und schon eine kleine Änderung der globalen Durchschnittstemperatur macht einen großen Unterschied. Vor allem könnte das der Tropfen sein, der das Fass bei den politisch gesteckten Zielen zum Überlaufen bringt. Das Ziel, das durch das Pariser Abkommen der Vereinten Nationen festgelegt wurde, ist, dass die durchschnittliche Temperatur der Erde ihr vorindustrielles Niveau nicht um über 1,5 Grad überschreiten soll. Und im Mai 2022 verkündete die Weltorganisation für Meteorologie, dass es eine 50%ige Chance gibt, die Schwelle von 1,5 Grad in den nächsten 5 Jahren zu überschreiten. Und die wirklich spannende Frage ist ja jetzt, bringt uns der Hunga Tonga vorzeitig über diese Schwelle? Und die Antwort ist absolut möglich. In der Studie heißt es, wir zeigen, dass Hunga Tonga eine spürbare Auswirkung auf die Wahrscheinlichkeit hat, dass die Temperatur von 1,5 Grad unmittelbar überschritten wird. Erhöhung der Wahrscheinlichkeit, dass mindestens eines der nächsten 5 Jahre die Temperatur von 1,5 Grad überschreitet um 7%. Also anders formuliert, die neue Studie zeigt, dass die Erwärmung durch den Hunga Tonga Ausbruch die Wahrscheinlichkeit um 7% erhöht, dass in den nächsten 5 Jahren diese 1,5 Grad Marke gerissen wird. Damit ist auch klar, dass es natürlich dennoch nur ein Nebenfaktor ist und der Klimawandel die Hauptursache bei der Erhöhung der globalen Durchschnittstemperatur ist. Aber es ist eben vor allem für kurzfristige Entwicklungen durchaus ein erheblicher Faktor. Und ich persönlich finde es etwas kurios, dass solche natürlichen Faktoren medial keine besonders große Erwähnung finden. Und wenn die 1,5 Grad Marke dann irgendwann überschritten wird, dann wird man vermutlich auch eher weniger zu hören bekommen, dass dies eigentlich erst später geschehen wäre, wenn es nicht natürliche Faktoren wie den Hunga Tonga Ausbruch gegeben hätte. Wie gesagt, es ist keineswegs der Hauptfaktor, aber meines Erachtens würde es zu einer guten Berichterstattung gehören, alle Faktoren nach ihrem Ausmaß auch zu benennen. Hinzu kommt aktuell noch, dass dieses Jahr eine neue El Niño-Phase begonnen hat, ein Klimaphänomen im östlichen Pazifik, das das Klima des gesamten Planeten beeinflusst. El Niño und Hunga Tonga zusammen sind dann eben doch ein erheblicher Einfluss auf das Klima, der dann auch so benannt werden sollte. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, wie es mit diesen Klimaphänomenen weitergeht, aber das geht nur, wenn ihr meinen Kanal abonniert und aus den YouTube-Statistiken weiß ich, dass über die Hälfte der Zuschauer dem Kanal gar nicht folgt. Dabei ist es völlig kostenlos, mir hilft es immens und ihr verpasst keine galaktischen Videos mehr, also alle mal fleißig auf den Abo-Knopf drücken. Ich hatte ja eben schon kurz die Flacherdler erwähnt und einige von euch haben es vielleicht schon mitbekommen, vor wenigen Tagen ist mein neues Buch erschienen, Flachgedacht. Ich habe echte Verschwörungskommentare unter meinen Videos gesammelt und habe sie dann wissenschaftlich widerlegt. Also nicht nur flache Erde, sondern auch Mondlandungsleugnung und so weiter und so fort. Es ist wirklich sehr unterhaltsam und lehrreich geworden und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr euch euer Exemplar holt. Einfach hier auf den angezeigten Link klicken oder gleich im Abspannen auf dem Button. Ich habe auch schon Fanpost von Flacherdlern bekommen zu dem Buch, wie diesen Kommentar hier, den ich heute Morgen erhalten habe. Das Modell mit der runden Erde ist nur für die Unterschicht gedacht, die Affen, wie sie euch nennen. Ihr seid es in ihren Augen einfach nicht wert, die Wahrheit zu erfahren. Das ist alles. Wer es spätestens bei der aktuellen indischen Mondlandungsbilder Nintendo Atari nicht verstanden hat, tja dann, seid ihr wirklich Affen. So wie sie es sagen. Und das ist keine Verschwörungstheorie, das ist Insiderwissen aus erster Hand. Ja, also liebe Unterschichtaffen, ihr wisst Bescheid, was zu tun ist. Holt euch mal ein neues Buch. Jeder Kauf hilft mir sehr, es in den Bestsellerlisten nach oben zu bringen. Und ich habe größenwahnsinnigerweise 10.000 Stück drucken lassen und die müssen jetzt weg. Gut, reisen wir jetzt mal von der Erde tief ins Universum Richtung schwarzer Löcher. Immer mehr Astronomen halten den unglaublichen Verdacht für realistisch, dass sich der gesamte Kosmos in einem schwarzen Loch befindet. Und ihr werdet überrascht sein, wie gut diese Theorie auf viele Beobachtungen passt. Wenn ihr erfahren wollt, ob ihr in einem schwarzen Loch lebt, dann klickt unbedingt mal auf das angezeigte Video, das ist sehr spannend geworden. Und vergesst natürlich nicht, euch als galaktische Lektüre mein neues Buch flach gedacht zu holen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute.